glück auf genossen willkommen zurück bei hello hello das ist übrigens total ausgelutscht aber egal letztens hatten wir der schweigende kartograf fertig gemacht hatten auch schon den anfang der nächsten mission gesehen angriff auf den kontrollraum damit beginnen wir jetzt auch legendär kurz die einleitung angucken und dann geht's ab der überraschung du musst ja nichts machen heute kennt noch die mission habt ihr letztes mal wir haben ja letztes mal schon gesehen was wir hier machen müssen und deswegen wusste ich dass ich das so machen muss weil wir haben ja keine waffen groß aus jetzt bleib stehen komm her ich mach dich fresse halten hier in die fresse meine ich so das scheiß teil wegschmeißen das war jetzt für den anfang ganz toll ansonsten für den arsch so was sagt das gerade da das rechts links wieder einer ist beziehungsweise ach du scheiße ist ja die mission hallo haben wir einen kontrollfunk gekriegt gehabt weiß das einer ja ein glück vollere gibt es hier eine vollere wir machen mal die granate rausholen ach wir sind falsch rum okay ja hätte ich auch an radar sehen können wo ist er komm her komm her komm her ich mach dich ich mach dich matsch erst mal nachladen wenn ich schläge erst mal nachladen wenn ich schläge so machen wir euch mal ah Mist hitbox ich hasse das ja das war total munitionsverschwendend hatte ich ihn erwischt hier oder ist er abgehauen äh äh hallo wo 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 seid ihr ihr was ist das so ein blödes geräusch eigentlich ja Mist da oben sind hier auch noch welche oh oh abhauen abhauen ich brauch Schild gib mir Schild ach wir können ja granaten schmeißen stimmt ja hier liegen ja noch rum äh hat's den Eliten tatsächlich zerrissen das war ein äußerst dummer Elite aber selbst schuld Mist verzogen runtergeschossen runtergeschossen äh totgeschossen mhm hey wenn man auf jemanden schießt ist die Möglichkeit groß dass der stirbt Weisheit des Tages sind wir hier fertig kann das sein määhhh die Präsenz der Allianz ist stärker als ich dachte sie scheinen die ganze region im Griff zu haben Ich brauche mal wieder eine neue Pistole im Griff Die sieht man nie aus Die brauche ich noch ganz dringend Im Prinzip Ist sie ein großes Loch Nein, im Prinzip geht das Level jetzt erstmal eine Weile so Dass wir immer durch so eine Räume gehen Und Gänge und was auch immer Eine vollere Waffe ist immer gut Und ja Und irgendwann kommen wir dann nach draußen So ein Außenbereich Was ist da Oder, ja, jetzt kommen wir erstmal zur Brücke Die Witterung sieht natürlich aus, nicht künstlich Ob das Umweltsystem des Rings nicht richtig funktioniert Oder ob die Konstrukteure das miserable Wetter beabsichtigt haben Ah, da sind ja die Rings Wir steuern Team Solo Wir brauchen dringende Unterstützung, egal woher Hört mich jemand, Ende Dass in diesem Teil des Rings noch menschliche Streitkräfte sind Cortana an Feuerteam Solo Ich höre sie Feuerteam Solo Hier Cortana Position halten Wir sind auf dem Weg Boah, ho, 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 der Typ überlebt Der Mann, da Das lässt sich schön sein Ich muss aber auch hier auf die Banshees jetzt aufpassen Die haben wir ja lange nicht mehr gesehen Unsere Freunde Können die in Halo 1 schon Raketen schießen? Weiß ich nicht Der ist tot Man, da muss ich echt auffassen Oder Okay, das war jetzt glaube ich Nicht ganz so erfolgreich Wie ich es erhofft hatte Komm ran, komm ran Ein Glück ist dir Oh nein, jetzt fängt das wieder an Wir haben wieder das alte Problem Pet Jetzt Muss ich wieder Mit Pet spielen Okay, dann bin ich jetzt etwas Besser gewohnt Woh, krank gewohnt Weil ich jetzt ab und zu mal Wieder mit meinem Bruder Halo Reach zocke Hat mir ja 14 Monate Gold Na, scheiße Hat mir 15 Monate Gold Mitgliedschaft Für, äh, hier Xbox Live geschenkt Zum Geburtstag Oder vorzeitig, ja Obwohl ich bin jetzt Hat ja jetzt Ich hatte jetzt Geburtstag Und Ihr habt mir nicht gratuliert Dabei steht das Ganze Stimmt ja Es gibt ja hier noch gar nicht den Den Dings-Effekt Dass die, äh, ausgeschaltet werden Dann könnte ich ja Ich weiß jetzt nicht, wie ich hier Ah, gut Ich kann wieder mit Maus spielen Da weiß ich wenigstens Wie die Tastatur hier funzt What the f- Ach, verdammt Der hat eine Rakete geschossen Okay, die können nach Raketen schießen Die Witterung sieht natürlich aus Nicht künstlich Ob das Umweltsystem des Rings Nicht richtig funktioniert Oder ob die Konstrukteure Das miserable Wetter beabsichtigt haben Hier ist Feuerteam Zulu Wir brauchen dringend Unterstützung Egal woher Hört mich jemand Ende Dass in diesem Teil des Rings Noch menschliche Streitkräfte sind Cortana an Feuerteam Zulu Ich höre Sie Feuerteam Zulu Hier Cortana Position halten Wir sind auf dem Weg Roger Okay Also nochmal Den ganzen Scheiß Mist Ah, ich war jetzt Tot auf dem Konto Das finde ich unschön Komm her Ich will dich Umnutzen Ah, hat der ein Glück Der hat getroffen Jetzt muss ich aber Hier auf die Schakale Achten Die immer noch nicht da sind Komm her Hab ich ihn erwischt Ja Wollen wir eine neue Waffe Äh, vielleicht kriege ich noch anders Na komm her Komm her Komm her Ich krieg dich Fliegende Pissratte Ich krieg dich Ja, zu tief War eine schöne Idee Mal wieder Aber wir haben ja hier noch Hm, vielleicht bin ich Nee, leider Komm, lade dich auf Shit Man, du kostest mir Nur Zeit Scheiß Teil In jedem anderen Halo Hätte ich dich schon längst Umgenietet Oh Mist Nein, will ich nicht Ich möchte eine Waffe Oh Wo ist er, wo ist er, wo ist er Links, rechts, links, rechts Warum kommt ihr jetzt erst Warum kommt ihr jetzt erst Mach ihn platt Da hab ich ne erwischt Penner Ist noch einer Die krieg ich nicht Ohne Waffe Ah, ich muss mal wieder rein Ich komm an die Plasma Pistolen nicht ran Die unter dem Geschütz liegen Das ist Ärgerlich grad So, jetzt aber Ach, dadurch kriege ich Einen Kontrollpunkt Ist auch gut Hier Hier bin ich Duck Gesicht Ah, den hätte ich jetzt Erwischen können Aber Nächster Schuss Dürfte es gewesen sein Nein, das war noch nicht Oh Das sind zerlegt Liegt jetzt ein bisschen Zwei ein Weg Aber egal Aber trotz wo ich bin Oh, die ist voll Die ist voll Der link war So mal hier hin Hier war noch Eine Liete Die ich gehört hab Äh Die machen wir mal so platt Genau so Mach ich dich platt Waren die unten Ach, scheiße Äh Volle mit Energie holt Kannst mich mal So wird das gemacht Schön aufpassen Das ist auch noch Die einfache Brücke Oder einfachste Brücke Irgendwie höre ich Unter mir welche Man Da ist noch einer Wow Ähm Daran kann ich mich nicht erinnern Wenn ich ehrlich bin Dass man die Scheiben kaputt schießen kann Okay Wenn das So ist Wollte ich grad sagen Dann mach ich euch von unten platt Ihr Schweine Ehrlich Ihr Dreck gegen Schweine Und ich werfe nicht hoch genug Stirb Hat er Ein Schwein Das dann auch Rechtzeitig wegrennen konnte Komm Ne Er ist gestorben Da schießen sie mir einfach Die Bohnen oder die Füße weg Finde ich ja ätzend Ähm Niemanden an den Geschützen Oh ich brauche eine neue Waffe Und neue Granaten Oh da Super Den goldenen hätte ich gleich Sofort killen müssen So wie jetzt Muss aufpassen Dass ich hier nicht runter renne Komm Umgenatzt Hui 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 Oh So Aufgepasst Dass man nicht wieder runter rennt Wieso wieder Bin doch ja nicht Mein oh man Ich möchte zunächst Na Da kommen ja noch mehr Brücken Was eklig ist Elite Äh nee Nicht Elite aufbrücken Sondern Jäger aufbrücken Die Werden uns auch noch begegnen Ist der Ena In Geschützt Turm Sehe ich das Der scheint Oder habe ich den kaputt gemacht Ich Hab Den Umgeschmissen Wie es aussieht Nachladen Wäre nicht schlecht Ja ich hab Ungeschmissen Hätte ich alles viel Eleganter machen können Indem ich gleich Rübergeworfen hätte Also Hier und da Granate Fertig Dann wären sie tot gewesen Wäre alles viel schneller gewesen So und jetzt kommt wieder So ein komischer Blöder Raum Die wechseln sich immer wieder ab Links Rechts Rechts Links Ihr habt mich nicht mal gesehen Wie könnt ihr mich denn verlieren So Rechts können wir nicht lang Aber wir können von rechts Beschossen werden Habe ich ihn erwischt? Nachladen Den anderen habe ich einfach nur runtergeschossen Okay Au Unsichtbarer Oho Nee So geht's ja hier nicht Und ich hab kaum noch Munis Nein Die ganzen Granaten Derp Gib mir deine Munition Deine Waffe Gut so Besser Links Rechts Links Links Rechts Schön aufpassen Die kann man auch wieder durchschießen Ah Hier ist Munition Die ist ja hervorragend Den Minipack noch nicht einsammeln Dafür haben wir noch zu viel Energie Oder zu viel Leben So aufpassen Ah ich den irgendwie in den Abgrund runtergeschossen Kann das sein Na bleib doch mal Bisschen noch unsichtbarer Das weiß ich jetzt nicht Du kostest mich zu viel Energie Junge Jäger Okay Wusste doch Das ist irgendwas Fieses Wo ist der andere Wo ist der andere Jäger Ist jetzt die Frage Da ist er Den kriege ich da durch Mist Eben nicht Komm einmal rum Junge Komm einmal rum Muss jetzt aufpassen Dass ich hier nicht Irgendwie von hinten Auf die Mütze kriege Das wäre Unschön Außerdem ist er Da ziemlich ungeil platziert Gehellet Aber wieder schön schnell abserviert So muss es sein Und Ja das wollte ich jetzt eigentlich noch nicht Aber egal Ich glaube hier Sind wir fertig Das hat das Adrenalin Erstmal ein bisschen Mehr werden lassen Wo sind wir denn jetzt hier Ah ja Guten Tag Kommt hier schon was Kontrollpunkt Ach erster Fahrstuhl Fahr ja nicht zu gerne Fahrstuhl Ich laufe lieber Treppen Oder Treppen steigen Oder Ja Treppen steigen Wäre ja eigentlich nur hochlaufen Aber Eine Treppe runterlaufen Ist ja einfach nur Treppe runterlaufen Und da waren Gegner Okay Da hat mich Ina bemerkt Halt Wo kam die denn her Hatte ich gerade was mit den Augen Oder Habe ich den wirklich nicht getroffen Stirb Selber Mann Ist ja auch so ein ekliger Raum Wo schießt du ihn hin Na Funktioniert wieder alles Finde ich schön Tschüss Ha 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 Tot Muss aufpassen hier Ich muss hier richtig aufpassen Links Rechts Links Rechts Da geht's nicht lang Wie sieht's da aus Geh ich den da platt Von hier Ja die hab ich platt gemacht Kommst nicht Kannst schön zu Hause bleiben Wie sieht's hier aus Aufpassen Hier könnt ihr auch durchkommen Der eigentlich soll erstmal hier weiter Vielleicht noch mit ein paar Granaten Da Und noch ne Granate Wie sieht's aus Mann Haben wir hier noch Hier noch Wird ja wohl reichen Wo seid ihr Ah Mist Hab ich ihn getunnelt Na du Sack So nervige Säcke Sind weg Keine Granaten mehr Vielleicht gibt er jetzt nicht noch was Ja sehr schön Ich denke Mach mal hier weiter Oh man Oh man Man muss viel aufpassen Hier Hier kommt man ja noch nicht lang Aber man kann schon ein bisschen gucken Ich war das Kam hier nicht schon welche Bin ich doof Schön aufpassen Hier könnte man jetzt oben lang In die Mitte Ah das lassen wir mal Weitig Da ist ein zerlegt Eindrucksvoll zerlegt Ich muss mal Waffe wechseln Hey Hier überlebt keiner von euch Waffe wechseln Von da Sind wir von da herkommen Glaubt schon Orientierung ist echt doof hier Finde ich Weiß ich hier alles eh nicht Und Pah Wie ist es mir zu einfach Was ist hier los Was fehlt hier doch Hallo Gibt es hier noch mal mehr Von euch oder Nö Bin enttäuscht Vielleicht im Mittelraum Noch irgendwas Glaub zwar nicht Aber Gucken Da oben Da oben Vielleicht Drin Komme ich hier hoch Ja Mh Bringt mir aber nicht viel Ich will wissen Ob da was Drin ist Ich glaube nicht War Nö Dann sind wir hier fertig Oh hier war noch Eine vollere Munition Super Und 10 Punkte Ja dann machen wir mal Den Kontrollpunkt hier fertig Und dann sind wir hier Auch fertig Oder Hählen geht es noch Innen ran Wer jetzt eine Brücke kommt Dann machen wir hier Ende Oh ne Das Das Äh Den 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 Winterspaziergang Heben wir uns Das nächste Mal auf Ich sage Glück auf Genossen Bis zum nächsten Mal Wenn es hier mit Halo weiter geht Sag tschüss Euer Hyde